hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnite wie ihr seht ich habe level 100 erreicht im battle pass bin sogar schon stufe 103 ich habe hier alles freigespielt kann mir jetzt bonus sachen tatsächlich noch frei spielen für diverse skins waffen skins skin kostüme und 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 wo ich sagen muss ich habe mir da gerade mal eins freigespielt weil ich das passen findet doch das strange das habe ich sogar ausgerüstet ansonsten alles andere gefällt mir nicht wirklich die ganzen skin kostüme gefallen mir nicht das aussehen der skins gefällt mir nicht tor und ja ansonsten bin ich soweit happy und zufrieden ich bin erst mal ein käfchen so muss es sein süchen ja ansonsten mal schauen ich werde heute zwei drei folgen hintereinander weg aufnehmen ihr wisst ja ich spiele auf vorsicht ich spiele wie ich will und ansonsten ja mal schauen ob ich den epischen hole oder nicht ich glaube es mal eher weniger wo ich hier ausspringe aufgaben habe ich soweit keine mehr zu erledigen tatsächlich wo das war das wieder neue season aufgaben kommen ansonsten ja jetzt das jahr habe ich mir zum beispiel als bonus teil geholt das passt halt zu doctor strange ich hab sie so ausgerüstet gelassen also ja aber nun sie fährt an der tanke landen wobei hier landen eigentlich keine sau außer dort warum auch immer da landet er ja ja mal gucken mal gucken wie die runde läuft hier alter eine fucking mp ernsthaft mit der kannst du mich jagen du verkaufst nur minis das will ich nicht ansonsten gibt es hier nichts weiter was ein bisschen schade ich höre aber schon geballer hier gibt es pilze was ich glaube ich habe die wildsau angefahren pilze sind eigentlich nicht so mein leibgericht aber was muss das muss yo nice oh 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 ich weiß dass hier irgendwo welche sind brennt jetzt das haus oder brennt es nicht? ja es brennt so lass mich mal hier hoch oh nice nice schön schön läuft er bis jetzt okay Oh Oh Brauche ich nicht Da ist ein Lama, das wird abgeschossen Im Übrigen, ich habe dich nicht gesehen Okay 5 Kills läuft in der Runde Es läuft gerade irgendwie bei mir Warum habe ich da markiert Ich habe mich nicht gesehen Ich habe mich nicht gesehen So ist der andere Ich habe mich nicht gesehen Ich habe mich nicht gesehen Aber Geile Runde muss ich sagen Also So viele Kills in einer Runde Hatte ich ewig nicht mehr tatsächlich Nice Das schreit doch danach Dass ich direkt die nächste starte Oh Wie viele waren das jetzt 5, 6 Kills Also Genau Genau Was ich zeigen wollte Hier Ich kann jetzt hier den ganzen Bonus Quark machen Das habe ich mir halt gegönnt Alles andere Gefällt mir halt einfach überhaupt nicht Nicht mal hier Der Abschluss von Dr. Strange Das ist Die werde ich mir bestimmt nicht holen Komm Eine Runde Solo Geht noch hier Können wir mal gucken Das nicht Aber hier Ich benutze das Fortgegenstände Eliminieren 10 Fische fangen Das könnte man ja mal verfolgen Ansonsten Das muss ich wieder im Team machen Boah Passt schon Wollen wir doch mal gucken Ah Geile Runde Muss ich ehrlich sein Also Hatte ich schon ewig nicht mehr Da drauf Cashieren würde ich sagen Joah Aber mit einer lilanen Jagdschrotze Geholten Vor allem One-Hit Ich hatte voll Hatte ich volles Schild Ich glaube schon Das ist Die ist halt zu OP Auch wenn die nur eh einen Schuss abgibt Das muss nicht wirklich sein Also die muss ich nicht haben Bin ich ganz ehrlich Weiter geht's Wo Können wir landen Irgendwo im Schneegebiet tatsächlich Würde ich sagen Bei Lamba Ja Auf eher weniger Ich weiß wo Ich lande Da hinten Irgendwo In der Ecke Irgendwo dort So Vielleicht Vielleicht An der Tanke Vielleicht auch nicht Mal schauen Gibt es hier Hier haben wir sowas Das ist okay Nice 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 Wir haben noch einen Piggy Nice Kiste ist definitiv Kiste ist definitiv unter mir Okay Ich höre schon ein großes rumgeballert Tatsächlich Hier ist noch einer Nice Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Was verkaufst du? Biggies. Okay. Oh, ich habe eine Riftkugel. Oh, die würde ich gerne mitnehmen. Die Riftkugel auch heilt tatsächlich. So. Hier in der Muschel ist eigentlich immer eine Kiste. Uh. Nice. Nice. Hat sich Kloot hier runter zu gehen. Da sehe ich schon die nächste Kiste. Und noch eine Riftkugel. Nice. Wenn man mal schnell flüchten muss. Nice. 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 Das Problem ist nur, ich habe keine Sniper um zu gucken wo jemand sein könnte. Das ist ein Lama. Da oben sind immer große Kisten drauf. Würde ich sagen. Gehen wir mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Komm, scheiß drauf. Die ist lila. Ah, wo könnte jemand sein? Da oben wird auf jeden Fall noch rumgeschrotet. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier safe bin oder nicht. Ah, ich bin so gut wie an der Zone dran. Das ist nice. Vielleicht finde ich da noch ein guter Auge. Ah, eher weniger. Da hinten wird geschossen. Okay. Da hinten wird geschossen. Also waren hier anscheinend noch keiner. Also waren hier anscheinend noch keiner. Oh. Da sagt man doch nicht nein. Da sagt man doch nicht nein. Da hinten wird schritten. Oh man. Hmm. 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 Scheiße, ich dachte ich schaff's Ich dachte ich schaff das Ich hab noch keinen einzigen Kill in der Runde Ich hab aber gerade jemanden schießen gehört Da hinten Wär auch zu schön gewesen, wenn ich den getroffen hätte Das wär auch zu schön gewesen Das war's 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 Da wäre noch eine Kiste Ist mir grad egal Die Munition ist immer gut Das war's Ist grad geschossen worden Da hinten Das war's 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 Da läuft ein Goggle rum. Aber besseren Loot scheine ich anscheinend nicht mehr zu bekommen. Nein, ich bekomme nichts besseres, schade. Oh, okay. 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 Komm ich hab dich gesehen, du Flummiball. Ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen, du hast du ein, du hast du ein. Ich hätte gern die Haupt da drüben Irgendwo ist noch ein fucking Sniper Ah, nee Wie viele Leben noch? Drei, mit mir vier. Drei, mit mir vier. Die gehen jetzt alle auf Nummer sicher hier. Drei, mit mir vier. Drei, mit mir vier. Irgendwo hier im Gebüsch wird sich einer verstecken. Drei, mit mir vier. Hier, die Team schon wieder, die Bastarde. Alter, es leckt gerade wie Sau. Drei, mit mir vier. 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 Ach komm, zweiter Platz, was will man machen? Hab aber noch einen Kill geholt. GG an dich. Was soll ich sagen? Ich bin happy mit der Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Einkommen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann bleibt uns gespannt. Genießt den Tag und bye, bye.